Open up my heart and you'll find love, 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 love. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love, 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 love. So ein feiner. Oh, ich habe den Jack gestern Abend, habe ich den noch rausgeholt. Welche Decke ist denn seine? Jacks ist die hier vorne. Achso. Gestern Abend, alle Pferde waren wirklich auf der Weide. Und ich war hier vorne und habe hier gefegt. Und wer kommt und steht die ganze Zeit hier? Jack. Und guckt mich an, wie so ein Döllmer. Und er hat gesagt, Jack, soll ich dich jetzt ehrlich noch rausholen? Ja, sollte ich. Also habe ich ihn noch geholt und schön geputzt. Im Humanbereich klappt das aber meistens nicht. Da muss man dann höchstens die Küche putzen. Die Hufe sehen jetzt nicht ganz furchtbar dramatisch aus, aber auch die sind sehr, sehr kurz, wenn man sich den Anteil anguckt, der da drüber steht. Und der geht ganz langsam über die Steine. Und von daher ist mir da die Entscheidung jetzt auch relativ einfach gefallen, Markus zu überraschen und zu sagen, hallo, der da, auch noch. Und nachdem Joey das so brav gemacht hat, mache ich mir bei Jack überhaupt gar keine Gedanken. Und ich finde die Beine einfach nur schön. Ich finde, es sind wohlproportionierte Jungpferde, wo man keine Bauchschmerzen haben muss, wenn man sich denn da irgendwann draufsetzt. Oder auch jetzt, so wie Vicky das gemacht hat, mal eben auf Joey setzen, wieder absteigen. Weil die haben halt einfach schon Muskulatur, die haben schon Knochengerüst, die sehen gut aus. Und ich glaube, rumstehen und Schritt reiten ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit ein Reiten. So, das sind wirklich ganz brave die beiden. Und trotzdem sind es junge Pferde, wo man wirklich auch ein bisschen immer aufpassen muss, sei es hinten. Ich sage mal so, bei Konrad gehe ich in eine Box und ziehe auch hinten einfach die Decke oder die Beinstrippen durch, ich stehe dahinter, da weiß ich einfach, der haut nicht. Das könnte man theoretisch gesehen bei Jack und Joe auch machen. Vicky macht das ja auch. Aber jetzt ist es so, es ist so wie jetzt, es ist eine Fliege, die setzt sich zum Beispiel an die Beine hinten, an die Oberschenkel. So, und wenn die nicht weggehen, dann ist es bei Jack und Joe oder auch bei Chapeau, dass die die wirklich weghauen wollen und auch nach hinten voll aushauen. Nicht, weil die einen dann hauen wollen, sondern weil die einfach diese Fliege weghaben wollen. Und wenn man dann dahinter steht, dann kriegt man es ab, egal ob sie es wollen oder nicht. Und das hat zum Beispiel jetzt Konrad oder Happy, die haben das nicht. Die machen zwar so, aber die würden niemals in die Richtung hauen, wo wir sind. Egal, ob da eine Bremse sitzt, eine Fliege ist, die beißt oder sonstiges. Und das haben halt die Jungen hier noch nicht. Zusammenfassend kann man sagen, dass man bei den Jungen schon mal eher in die Ecke fliegt. Dafür sind sie aber auch meist ein bisschen niedlicher. So, beide haben sich jetzt ihren Freiraum verdient. Also Firsty hat ja noch nichts getan, aber der tut gleich noch was. Bin ich mal gespannt, wie das heute läuft, weil Mama ist ihn ja gestern geritten. Und ob ich heute wieder eine Veränderung merke. Aber ich denke schon. Also es ist schon ein bisschen Konrad-ähnlich. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich. Vielleicht müsstest du auch mal sprechen, wenn du da den Gang langkommst. Er hat ja sich jetzt nicht erschrocken. Guck mal, das hat Rabea uns vor die Tür gestellt. Was soll ich damit machen? Ah, cool. Ja, mega. Zeig mal. Ah ja, Zink. Zink kannst du gleich bei uns mit auf den Futterwagen stellen. Gastrobest, Gastroliquid. Das kann theoretisch gesehen in der Sattelkammer. Okay. Ist total praktisch. Das Rabea Zink, das riecht mega lecker. Also deswegen benutze ich das am allerliebsten, weil das andere, das ist ja immer nur irgendwie so weißes Pulver. Und es ist irgendwie, ja, das riecht so nach Mango, finde ich. Mango-Orange. Und die beiden anderen Sachen können wir super gut nehmen. Wenn wir zum Beispiel Magen antherapiert haben, dann können wir das wirklich weitergeben. Und das Wichtigste ist eigentlich, ich muss gar nicht mehr hinterher telefonieren, dass sie es hier vor unser verschlossenes Tor tut. Weil meistens ist das verschlossen. Sondern ich kann es jetzt einfach ganz bequem bei ihr bestellen und dann kriege ich es per Post. Wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das selbstverständlich auch machen. Das meine ich. Da sind Jack und Joey komplett anders. Joey stört das überhaupt nicht, wenn man hier hinten irgendwie Gamaschen dran macht oder so. Jack ist da schon ein bisschen anders. So, bei Jack mache ich das gut und tatsächlich, der kriegt von mir einfach ein Leckerli und während er das frisst, mache ich hier den ersten dran ganz leicht. Gut. So, guck. Gut, so, fein. Ja, fein, 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 fein. Gut. Ich denke dran, hier stehe ich. Gut, klasse, super. Ich weiß noch, was das für eine Aktion war. Wenn ich ihn am Brustkorb in der Schenkellage angetickt habe und gesagt habe, Seite, dann hat er mir sofort seinen Hinterhof um die Ohren hauen wollen oder ist dagegen gegangen. Und jetzt ist es wirklich so, man kann Seite sagen und er geht zur Seite. Finde ich schon mal toll. Ist der erste Einstieg für Schenkelempfindlichkeit. Mache ich auf beiden Seiten. Finde ich super. Und so kann man schön viel vom Boden aus, so beim Anbinden, beim Putzen, beim Führen, schon ganz viel machen. Boah, komm mal her, mein Kleiner. Kleiner. Als ich ihn gestern so geputzt habe und an seinem Hinterteil war, habe ich gedacht, Hügel ey, da kann ich gar nicht, kann ich gar nicht rüber gucken. So hoch ist das. So ist das halt. Eben waren sie noch klein und niedlich und jetzt groß und putzig. Ja, gucke mal. Toll, prima. So ein feiner bist du, ne? Ja. Willst du ihn loggieren? Kann ich. Gut. Also habe ich jetzt nicht. Sehr schön. Aber ja, kannst du machen. Ich bin ganz gespannt. Dann haben wir einen direkten Vergleich. Ich speichere mir das zumindest heute wirklich ein, das Gangbild, wie er heute hier rüber geht und wie er auch heute auf dem Sandplatz geht. Und dann warte ich, bis Markus da vorne die Eisen drauf hat. Und ich hoffe, dass es der gleiche Effekt wird wie bei Joey, dass er plötzlich nur noch nicht schwebt. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn wir hier oben mit Jack durchgehen mussten, weil irgendwas ist. Und das war immer so, dass wenn wir hier oben auf den Platz gegangen sind, der Weg nach da unten natürlich sehr interessant war. Und dann wurde hier gedrängelt. Und dann wurden sich wirklich die Schrecksachen da gesucht und da gesucht, um irgendwie den Menschen, meistens mich oder auch den Kameramann, da hinzudrängeln, um ganz schnell da hinzukommen. Und das war jedes Mal so. Und jetzt steht er hier und sagt sich, jo, wunderbar, Training, klasse. Du müsstest einmal die Aufstiegsseite. Und jetzt. Guck mal, dein Joey hat den ganzen Platz hier geschrottet. Tiefe Spuren drin. Ich glaube, dein Pferd wird ihn noch mehr schrotten. Mein Pferd? Ja, weil der ja nicht so. Weil der so nicht was. Nichts. Schlau. Weil der so. Jack ist immer ganz süß. Weil, wenn der das erste Mal angaloppieren soll, dann macht der immer so eine Pseudo-Attacke. Also nimmt der richtig Anlauf und man denkt, wow, jetzt geht es los. Und dann ist das so ein Hoppel-Hoppel für fünf Galopp-Sprünge. Jawoll. Und dann ist gut. Ja, Kia. Gut. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn mich Vicky das wirklich mal macht und ich kann von draußen gucken. Weil, wenn ich drinnen stehe, selber die Longe halte, selber die Peitsche halte und quasi arbeiten muss. Zum einen arbeite ich ja ganz anders. Ich würde schon immer gucken, dass ich die Schiefe mitkriege, was natürlich schwer ist bei den jungen Pferden. Und jetzt kann ich wirklich mal gucken, ohne diesen Blick zu haben, sondern jetzt von außen kann ich wirklich mir die ganze Runde angucken. Das finde ich einfach nur schön. Oh, ja, Jack. Weil er hat das noch nicht so geschnallt wie Joey, dass, wenn man in die Tiefe kaut, dass der Druck dann weggeht. Jawoll. So, auch da sind die beiden ganz, ganz unterschiedlich. Weil, wer jetzt genau hinguckt, der kann wirklich sehen, dass Jack nicht so gerne loslässt vorne, sondern sich eher so ein bisschen auf das Gebiss draufhängt und quasi Vicky eher so dazu zwingt, Beifahrer zu sein. Und wenn sie jetzt kein Beifahrer ist, weil er quasi etwas macht, wo Vicky jetzt reagieren muss, wie jetzt zum Beispiel der Rausdriften oder irgendwas anderes, dann muss sie sich ja, muss sie sich ja ein bisschen durchsetzen. Und dann sieht man schon, dass er wirklich das Gebiss festhält und da drauf beißt und den Kopf hochnehmen will. Und das sind so Sachen, die möchte ich ganz gerne jetzt an der Longe wirklich schon machen, dass sie also lernen, ohne Reitergewicht am Gebiss nachzukauen, und dass sie merken, Mensch, ich kann dem folgen und dann ist es angenehm. Mache ich etwas, was dagegen geht, wird es ganz schön unbequem. Und das ist letztendlich das, was ich möchte, was die beiden auch wirklich lernen, weil umso weniger Theater erhoffe ich mir dann letztendlich, wenn man drauf sitzt. Das könnte man nun fast auch schon wieder auf den humanen Bereich übertragen. Das mit dem Sitzen lässt allerdings noch etwas gestalterischen Spielraum übrig. Abkauen, dieses Loslassen, vorwärts, abwärts gehen, besser wird, wenn er vorne beschlagen ist, weil bei Joey war das der Durchbruch. Ich finde aber, man sieht einen ganz krassen Unterschied vom Gangbild zu Joey und zu Jack. Jack fußt ganz flach, so wie Joey vor den Eisen und er winkelt die Beine nicht wirklich an. Bei Joey sieht man ja jetzt wirklich, der winkelt die an und schmeißt die richtig nach vorne. Hi, super. Ah, jetzt sieht man schon langsam, jetzt kommt schon die Tendenz, dass das Gemick loslässt. Dann sieht er wieder irgendwas, also auch da sind sie ganz unterschiedlich. Und dass Jack halt einfach nicht so schnell loslässt im Genick, wie jetzt zum Beispiel Joey. Und das muss er jetzt einfach lernen. Küken, es ist so schön, dass ich einfach mal von draußen zugucken kann. Das ist was völlig anderes, wenn du dir dein Pferd anguckst, ohne selber was machen zu müssen, sondern einfach die Zeit hast, mal zu gucken. Und ich finde, dass der das auch total brav macht. Ja. Und wenn man so viel gelobt wird, kann man ja auch noch mal ganz schneller. Ja, super. Brav. Ja, fein. Toll. Hast du das gesehen? Oh, fein. Toll. Gut. Vielleicht kannst du ihn ja ganz, ganz leicht immer innen parieren. Also nicht ruckig, dass du ihn alleine lässt und dann ruckig, sondern dass du ihm die ganze Zeit eine Hilfe anbietest. Also eine ganz leichte, weil er ist ja so groß und so lang. Und vielleicht musst du ihm einfach ein bisschen helfen, den Kreis zu halten. Genau, dass du das die ganze Zeit, wie so ein Wegweiser, weißt du? Naja, bei dem Kameramann würde ich auch immer glotzen. So einen hübschen Mann sieht man ja selten. Das hört sich jetzt verdächtig wie eine Einleitung zu ungeplanten Überstunden an. Wenn Blicke töten könnten, dann würde ich jetzt schon auf der Erde liegen. Guck mal, ist das nicht schön? Fein. So, wenn die erste Spannung raus ist und wenn so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen Routine da reinkommt, dann wird dieses Bild, dieses Abkauen, wird dann von Anfang an sein. Ganz, ganz schön. So, meine nächsten Schritte wären wirklich, und deswegen ist mir das so wichtig, dass Jack und Joe jetzt wirklich lernen auch schon mit einem Hilfszügel zu gehen, der ihnen ein bisschen den Weg in die Tiefe zeigt. Ich möchte natürlich relativ schnell auf Schiefe machen und dafür müssen sie einfach bei mir den Ausbinder akzeptieren und tolerieren und wissen, was passiert, weil wenn er das jetzt nicht kennenlernt, an das Gebiss anzuecken, so wie jetzt. Fein, fliegender Wechsel. In der Anzeige würde jetzt stehen, S1 Sterne. Und in der hier auch für Anfänger geeignet. So, das war mal kurz eine Stunde Zwischenfall. Wir haben den Kameramann wieder zusammengebaut. Der wurde von hinten umgelaufen, von Jack. Und ich habe noch gesagt, das ist voll die Macht und das sieht von außen gar nicht so aus. Man denkt wirklich, da steht man in der Mitte und der macht nur so ein bisschen so und so ein bisschen mit den Beinen so. Aber da drinnen, da kommt so viel Zug auf die Leine. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich finde das ganz, ganz toll. Er sucht den Weg in die Tiefe. Er hält ja auch seinen Kreis. Ihm muss man viel mehr helfen als Joey. Aber er ist ja auch viel größer. Oh mein Gott. Super. Und was man bei Jack jetzt ganz schön sieht, ist immer, wenn er da Richtung Hindernisse kommt, wo eben gerade auch der Fastunfall passiert ist, schiebt er schon vorab im Galopp seine Hinterhand nach innen, als es im Galopp war. Weil dann kann er mit der Vorhand nämlich schnell nach außen weg. Und genau das hat man eben gesehen. Boah, wenn ich mal dran denke, ne? Was das für ein kleiner Stöpsel eigentlich war. Und selbst da war er ja schon so groß. Ich kann mich noch dran erinnern, wo Vicky mit ihren Zöpfen in einer Stallgasse stand, bei Ottens auf dem Hof. Und Jack mit seinem kleinen Kumpel da oben durch die Stäbe guckte und wirklich auch den Tierarzt oder die Tierärztin wegkicken wollte, weil sie seine Allerwertesten abtasten wollte. Das fand er überhaupt gar nicht witzig. Und jetzt steht da wirklich so ein fertiges Pferd eigentlich, ein Koloss. Mal gucken, ob der Konrad überwächst oder ob er jetzt einfach gewachsen ist und jetzt so bleibt und nur noch in die Breite geht. Mal schauen. Aber das ist letztendlich das, was wir gesucht haben. Mal gucken, wie es reiterlich wird, charakterlich wird. Mal gucken. Ansonsten muss es das Ausreitpferd für den Kameramann werden. Groß genug ist er ja. Oder Vickys Springpferd. Nee. Woher nicht? Nee? Nee. Was meinst du, wie der springen kann? Guck mal, wie brav der ist. Jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist doch wohl einfach Wahnsinn, oder nicht? Die haben vor uns keine Angst. Die haben auch hier keine Angst, dass es ganz normales Jungpferdgehabe, dass die sagen, muss ich wirklich noch weitergehen? Oder ach, da ist der Kameramann, den kenne ich ja überhaupt nicht. Da muss ich mich erst mal vor erschrecken, oder dies, oder das. Das ist doch völlig normal. Aber das finde ich mega. You funny! Was hast du denn jetzt mit ihm vor? Äh, draufsetzen. Und ein bisschen losreiten. Vielleicht nochmal Galopp um den Kostray. Losreiten. Ja. Macht der ja brav, hast du doch gesagt. Der ist ganz brav. Ja, manche Worte, die man sagt, bereut man später. So, egal. Kannst du mir bitte meine Kappe holen? Ja, ich... Ja. Willkommen. Okay. Ich finde das so schön, Vicky, dass wir das alles so zusammen machen können. Und das ist auch... Ja, ich will mal so sagen, als ich mit Pferden angefangen habe zu arbeiten, habe ich ja meine zwei Söhne gehabt. Die waren ja noch ganz klein. Was soll ich? Ein bisschen was haben. Ich komme auch mit rein. Ja, aber du redest jetzt. Hier, bitteschön. Und hatte gar nicht so viel Zeit, weil es wirklich stramm wegging. Ich habe viele Pferde eingeritten. Viele waren ja, sage ich mal, so einen Monat da oder drei Monate da mit zwei kleinen Kindern. Ja, ich will mal so sagen, Jan und Philipp sind so mitgelaufen. Das sind meine Söhne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt wirklich richtig schön finde. Vicky hat Spaß an Pferden. Vicky hat eigentlich Spaß am Turnierreiten. Hatte ich früher auch. Jetzt bräuchte ich es nicht mehr wirklich. Aber warum soll ich sie da bremsen? Sie hat viel Talent. Und das jetzt auch. Also mit Jack und Joe oder mit den Gastfären. Es ist natürlich total schön, wenn man eine Tochter hat, die das alles mitmacht. Die das dann auch noch so gut macht. Und ja, mal gucken, ob das so ihr Leben weiter so geht. Oder ob sie was ganz anderes macht. Ich weiß es nicht. Aber so ist das natürlich schon schön. Wir sind hier nachmittags halt zusammen draußen. Und machen mit den Gastfären was. Machen mit den eigenen Pferden was. Und das ist schon schön. Und das hat auch eine schöne Bindung dann. Zu meinem kleinen Mädchen nichts, ne? Jetzt sitzt sie schon drauf. Jack, tu meinem kleinen Mädchen nichts. Warte, warte. Jack, du musst schön lieb sein zu meinem kleinen Mädchen, ne? Ja, okay. Das darf nicht geschrottet werden. Ja, was ist? Wo willst du hin, Vicky? Einmal so hier in der Runde. Und dann du jetzt aufschießen halt. Gut. Halt. Gut. Das ist das nicht Wahnsinn? Nein. Joel, Juffi, komm mit. Wenn der anläuft, der hinterher geht so. Halt. Gut. Prima, mein Junge. Toll, den kannst du ja mit zum Ausritt. Ja, den kannst du bald ausreiten. Für Möhren. Für Möhren kann man alles machen. Da sind die so heiß drauf. Nicht so eng am Ständerland. Nicht so eng am Ständerland. Okay, hast du gehört? Ja. Halt. Cool. Klasse. Prima. Wow. Hammer. Check. Boing. Check, du bist... Jetzt ist er eingeritten. Er parkt immer zu übermütig ein. Deswegen muss man ganz dezent mit seinen Nüßen. Er fixiert mich aber schon. Also nicht mich, sondern die Möhren in meiner Tasche. Guck mal, er kann sogar schon rückwärts gehen. Gut. Jack, komm her. Ja. Komm, mein Junge, komm zu mir. Komm zu mir, mein Junge. Komm. Ganz los. Komm her, mein Junge. Ja. Toll. Klasse. Bra. Ey, was bist du für ein Feier. Wenn das die Anni sehen könnte. Schade. Jackpot ist tatsächlich ein sanfter Riese. Und er scheint mit Vicky auf dem Rücken gar kein Problem zu haben. Damit stehen die Chancen schon mal gut. Das ist dann beim tatsächlichen Anreiden im kommenden Jahr, wo nicht allzu große Probleme geben wird. Super, Jack. Das erste Mal laufen mit Reiter. Vicky hat immer so schöne Ideen. Gut. Klasse. So, kommst du mit, Jack? Ja. Komm her. Toll. Super, 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 super. So. Gut. Wo soll ich dich jetzt absetzen? Ansonsten streben werden. Mhhh, mhhh, du brav. Oh, du feiner. Guckst du dich jetzt an? Ah, mhm. Küt. Oh, Küken. Brav. Guck mal. Richtig gut, ne? Mega. Draufsetzen ist immer lecker. Draufsetzen ist immer lecker. Da habt ihr recht. Und lauter sind die beiden noch unterschiedlicher. Ja, weil Jack ist einfach so, dem hält so eine Möhre vor die Nase und dann macht er das einfach. Joey ist da anders. Ja. Joey kann man nicht mit Fressen ablenken von dem, was da oben drauf ist. Das guckt er sich an und wenn er es da oben nicht drauf haben möchte, dann möchte er das da auch nicht drauf haben. Auch nicht für Möhren oder für Hafer oder für sonst was. Ne? Na siehste. Wahnsinn. Das ist doch wohl der absolut krönende Abschluss. Vicky auf Jack im Schritt. Und das war noch nicht mal, es sah noch nicht mal spannig aus oder so. Das sah einfach so aus, als wenn er das schon immer macht. Super. Uhu. Und für so eine tolle Leistung gibt es dann natürlich noch eine extra Möhre. Hä? Oh. So, du musst noch was super Nettes sagen über mein Pferdchen. Das gibt Punktabzüge. Mama. Hä? Das gibt Punktabzüge. Punktabzüge. Der Bewertungsskala. Hab ich eine Gamasche vergessen? Also müsste er eigentlich 10.000 Bonuspunkte kriegen, weil er ein junges Pferd ist, was sich im unangebundenen Zustand einfach auf den Paddock wie Gamasche abnehmen lässt. Das ist auch noch eine Hintergamasche. Du lebst noch, du hast kein blaues Auge. Das heißt, er hat sich ausgeschlagen. Verlass dich. Also ich finde, das hat Jack richtig brav gemacht. Ja, er hat ein paar Mal gebockt, hatte ein bisschen Power unterm Hintern, genauso wie Joey. Aber es war total brav. Er ist da seine Runden einfach gezogen und das Draufsetzen war ja wohl das Highlight. Draufgesprungen, wortwörtlich. Und dann Mama vorgelaufen. Die erste Runde bin ich kurz alleine gegangen, zu Mama hin. Und dann einfach vorgelaufen und er hinterher. Hallo Joey. Ja. So sieht das aus. Man bringt einen zurück. Joey war gerade erst dran. Er hat gar keine Scheu zu sagen. Guck mal, ich komme nochmal. Die kleinen Schnuffels, ne? Haben wir wirklich Glück mitgehabt, ne? Ich glaube, die beiden haben aber auch Glück, dass sie hier sind. Ne? Ja. 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 Ja.